Und herzlich willkommen. Ich habe hier eine neue Reihe und die handelt vom Abnehmern. Weil ich habe hier nicht nur über die Feiertage auch schon vorher ein bisschen was angefressen. Und das möchte ich gerne wieder ein wenig loswerden. Ja, ich habe jetzt alleine heute gab es noch Fleischfondue mit Aioli, Baguette, hast du nicht gesehen. Vorher hatte ich glaube ich noch eine Rittersport, also das ist ein drastischer Wandel jetzt, den ich da vollziehen muss. Ich habe mir jetzt wirklich was krasses ausgesucht, einfach nur aus Neugier, um zu sehen, wie standhaft ich bin. Und das ist die sogenannte Null-Diät. Die erlaubt keine festen Mahlzeiten, das heißt nur, ich glaube Brühe ist mit inbegriffen, Tee und Wasser. Das ist jetzt also wirklich eine 180-Grad-Drehung. Und ich werde jetzt jeden Tag ein Video machen, das ganze zwei Wochen mal durchziehen. Und ich denke, dass wirklich in jedem Video meine Laune auch wirklich drastisch schlechter wird. Und ich dann nach 14 Tagen einfach nur noch irgendwelche Schimpfwörter reinschreie. Aber als Adonis hier vor euch stehen werde. Wie gesagt, jeden Tag ein neues Video. Würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen interessiert. Vielleicht auch motiviert. Und dann denke ich mal, dass dieses T-Shirt irgendwann wieder passt. Und ich nicht aussehe wie Captain Presswurst. Also schönen Abend euch noch. Und dann sehen wir uns ja vielleicht im nächsten Video. Also heute ist Tag 0. Morgen ist Tag 1. Da geht es los. Dann nehme ich euch mit zum Supermarkt. Und kaufe mir ein paar Brühen und sowas ein. Und dann starten wir das Ganze. Also, euch noch einen schönen Abend.